Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Ja ihr seht richtig, wir sind jetzt wieder im Hutland und ich habe unheimlich viele Monde. Das heißt, ich habe das Geld, also die Coins für die 119 Monde zusammengesammelt und habe die jetzt nun besorgt, damit wir die jetzt nicht alles suchen müssen oder beziehungsweise das Geld zusammensammeln müssen. Es hat eine ganze Weile gedauert und jetzt machen wir einfach mal diesen hier. Oh mein Gott, das fließt. Also ich habe nicht ganz 119 Monde geholt, denn ich hatte ja schon mal in einem vergangenen Part im Pilzkönigreich, ich glaube 11 Monde geholt. Ich habe das nochmal überprüft und ja, neue Produkte sind in den Shops erhältlich. Geilo. Und die Odyssey ist leistungsfähiger. So muss es sein. So und nicht anders. Jetzt können wir auf die stockfinstere Seite. Nun ja, wirklich weiter geht es auch gar nicht mehr. Aber das machen wir nicht jetzt. So, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich würde jetzt noch mal probieren im Forstland den letzten Mond zu holen für das Expertenrennen. Das skippen wir mal direkt. Unsere Odyssee ist ja flink wie der Wind. Und schon sind wir wieder im Forstland. Genau, ein Mond. 75 von 76. Und wir probieren es einfach mal. So. Dann hätten wir das nämlich auch abgeschlossen. Das ist wunderbar. Okay, wir probieren es. Wir sind die Länderspender. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Hey, wir haben einen neuen Läufer am Start. Ich verspreche dir, du gewinnst was echt spitzenmäßig ist, wenn du dich traust. Wir probieren es. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreicht das Ziel vor uns. Das war es auch schon. Die Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los! Oh Mann, ich hoffe es. Ich hoffe es klappt. Nicht lachen, wenn es schief geht. Ich bin doch am Lernen. Das war schon mal ein toller Anfang. So, machen wir diesen hier. Rucki zucki. Zack, zack. Zack, zack. Blö. Komm schon. So, dann schnappen wir uns hier mal. Den brauchen wir auch nicht mehr. Ah, das ist in die Ursäge. Kommen wir mal nochmal. Ja, das war ein misslungener Sprung. Ganz klar. Das meine ich damit. Okay, ja es klappt doch irgendwie. Nicht lachen. Nicht lachen. Ihr könnt es mit Sicherheit alle besser, aber ja. Gut, wir probieren es direkt nochmal. Ist ja keine Hürde. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ich bin dabei. Man muss nämlich diesen Weg gehen, sonst hat man echt gar keine Chance. Aufirma. So. Woho. So. Da, 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 da. Oh, schau. So. Und so und. So, jetzt muss es sitzen, komm, bitte. Nein, es sollte nicht so sein, aber es war ein hervorragender Start. Alle mal lachen, bitte. Ja, nu, nu, nu. Was mache ich falsch, verdammt nochmal. Ich muss beide tasten. Ich muss Z, L und Y zugleich in Zeit drücken. So, komm schon, komm schon. So. Ah, scheiß Stampfattacke, verdammt. Wieder nicht so prall, ne? So. Oh, Feier. Fast. Ja. Das kann passieren. Ich weiß jetzt schon, wie der Part heißt. Irgendwann werden wir es haben. Also, das gibt es doch nicht. Offscreen habe ich es geschafft. Paarmal. Ach, scheiße, das. Machen wir gleich nochmal neu. So, komm schon. Ich weiß schon, wer sich jetzt halb tot lacht. Das ist der gute Mano P. Ganz sicherlich. Garantiert. Zu 1000%. So, der kann es nämlich perfekt. Scheiße. Auch kacke. Boah, das war, das ist doch wieder Moex. Das war's. Das war's für heute. Und, und, und. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Wow. Was für ein Rennen. Meine Fresse. Okay. Erledigt. Gott sei Dank. Das war ja Überschreitgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Ein Mond. Spitzmäßig. Damit ist das Expertenrennen im Forstland erledigt. Und wir haben hier alle Monde. Klasse. Nur weg hier. Wie schon mal erwähnt, das Forstland gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsländern. Jetzt werden wir noch ein bisschen... So, jetzt mal das hier. Ganz wichtig. Wir haben schon so viele Monde. Wow. Und zwar machen wir jetzt... Fliegen wir jetzt nochmal ins Hutland. So. Oh Mann, was bin ich froh, dass das vorbei ist. Hahaha. Denn wir haben hier noch die Hutland-Kunst. So. Können wir uns direkt dahin teleportieren. So machen wir das. Das war das hier nämlich auch zu 100% abschließen können. Da ist schon das Bild. Okay. Und dazu müssen wir ins Mondland. Das machen wir mal direkt. Zip. Schabum. Jawohl. Ab ins Mondland. Zack. Da haben wir noch überall so viel zu erledigen. Aber das möchte ich schon ganz gerne fertig haben. So. Ja. Auch hier gibt es einen Quader, den wir uns holen müssen. Und zwar ist es hier. Ah, noch nicht. Ganz da ist er. Da ist der Mond. Mit Hutland-Kunst gefunden. Sehr schön. Haben wir den auch? Zack. Klasse. So, dann schauen wir noch mal. Das ist klar. Hier haben wir noch zu viel zu tun. So, also. Damit hätten wir jetzt hier noch einen im Kaskadenland. Hutland haben wir erledigt. Kaskadenland haben wir noch einen Mond. Geheimfacht zu den Fossilfällen. Ich glaube, der ist am Strand. Wenn ich mich jetzt nicht höre. Gut. Wir schauen mal. Ich glaube, ja. am Strand. Na, wo ist es denn? Hallo? Küstenland? Dankeschön. Das war das nämlich auch erledigen. Okay. Auch hier gibt es noch so viel zu erkunden. Danke für die Info, Cappy. Dazu müssen wir nämlich da in diese Fontäne rein. Ja, lass mich mal in Ruhe. So. Geronimo! Klasse. Ah, hätten wir gleich Peach machen können. Na, egal. Komm. So, da ist es nämlich. Hinein. Gute Reise, Mario. Sehr nice. Schön. So, haben wir nämlich hier. Nein. Wieder falsch. Ich lerne das nie. Jetzt haben wir auch hier alle Monde beisammen. So, Wüstenland haben wir komplett. Seeland. Seeland. Da ist der Eingang. Ah ja, ich weiß schon. Machen wir aber jetzt hier abbrechen. Wir können uns das ja ein bisschen abkürzen. So. Denn im Küstenland haben wir noch nichts verloren. Das kommt erst später. Und zack. Jupps. 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 Jetzt müssen wir dazu ins Polarland. Dann hätten wir nämlich auch diese Welt komplett abgeschlossen. jetzt wird Käppi gleich wieder sagen, hier ist ein Quader. Garantiert. Na, wo ist die Stock? Käppi, du schlauer Fuchs. So, dann brauchen wir dich hier nämlich, Dicker. Und du wirst uns da mal diesen Klotz dahin Oh, hier ist es frostig. Oh. Sehr gut. Na komm, noch ein bisschen. Das war Maximum. Alles klar. So, einmal. Da friert der gute Mario. Aber wir wollen hier rein. Dann hätten wir nämlich auch den letzten Mond im Seeland. Fantastico. Schön. So, dann ist das ist nämlich auch erledigt. Lass mal schauen. Jawohl. 42 von 42. Forstland. Also nochmal. Wir haben Hutland. Wir haben Kaskadenland. Wir haben Wüstenland. Wir haben Seeland. Forstland. Wolkenland. Das verlorene Land kommt da noch. Cityland kommt ebenfalls noch. Küstenland. Ja. Oh ja, wir haben noch ein bisschen was. Schlemmerland. Und das Ruinenland komplett. Schön. Dann werden wir auch hier abbrechen. Das machen wir einfach so. So. Schwimmi. Let's swimming, Mario. Na, das war jetzt nichts. Okay, gut. So. Halt, halt. Falscher Abgang. Hier wollen wir. Und ab zur Odyssey. Schön. Jawohl. Jetzt fliegen wir mal ganz gemütlich ins verlorene Land, wo wir dann im nächsten Part weitermachen werden. Und uns auf der Suche nach den letzten Monden begeben. Und ich denke, hier fehlen auch noch die Münzen. Also, es gibt einiges zu tun. So, schauen wir mal. Wie ist der Zwischenstand? Ja, auch hier gibt es ein Quader. Danke für die Info. Genau. Wir brauchen hier noch einige Münzen und wir brauchen hier noch eine ganze Menge Munde. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020